Herzlich willkommen zurück zum Super Mario Maker. Heute spielen wir ein paar Level. Einfach nur so. Und zwar machen wir die Level aus aller Welt. Und zwar machen wir die 100 Mario Herausforderung. Dann kriegen wir nämlich 100 Mario Leben. Und müssen 8 Level bestehen. Auf normal müssen wir 16 bestehen. Machen wir normal. Wir machen normal. Also wir machen jetzt auf normal ein neues Spiel. Wir starten mal durch. Und zu euren Leveln. Einige haben mir schon geschickt. Ich habe mir ein, zwei schon angeguckt. Ich weiß noch nicht, ob ich ein Dokument dafür fertig mache. Damit ihr mir das nicht in die Kommentare postet. Ihr könnt es theoretisch auch in die Kommentare posten. Aber wenn ihr in der Beschreibung ein Dokument dazu findet. Wo davor steht. Euer Mario Maker Level hier eintragen. Dann tut das da bitte. Ich weiß es noch nicht, wie ich das mache. Bowser's Decent Sized Castle. Okay. Von Kyle aus Amerika. Ach du großer Gott. Okay. Diese Style-Wechsel zwischendrin. Die sind immer ganz schön verwirrend. Im Ladescreen war ich noch bei Super Mario World. Und hier bin ich jetzt schon wieder bei Mario Bros. So ein Pilz. Nice. Dankeschön. Aber bisher sieht das sehr human aus, das Level. Muss man mal loben? Oh Gott. Okay. 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 Er fällt in die Lava. Oh Gott. Nein. 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 Ah. Da hinten ist ein Bowser. Da hinten ist ein Bowser. Der mich am Kragen kriegen will. Das war gemein. Ah. Gemieß. Mies. 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 Aber das Level haben wir geschafft. Okay. Das war sehr normal und human. Doch. Muss man sagen. Muss man mal so sagen. Das war akkurat. Normal. Das ist so wie es sein muss. War okay. Würde ich jetzt keinen Stern für geben. War jetzt. Also es war ein normales Level. Hab mich jetzt nicht vom Stuhl gehauen. Aber ich hab mit Schlimmeren gerechnet zu Beginn. Weil hier kann alles kommen. Hier kann auch ein Troll Level. Has some shasms aus Kanada. Okay. Bin gespannt. Was wir hier kriegen. Zack. Oh. Hau ab. Danke. Okay. Hier haben wir Münzen. Ja ja. Blablabla. Münzen sind ja. Oh Gott. Ich hasse den Jumper in der Mario Version. Der ist richtig komisch. Finde ich. Reicht das? Okay. Da sind Bumper nochmal. Okay. Hier kann man runter. Was ist hier drin? Wieder nur Münzen. Okay. So. Oh Gott. Ich hasse die Bumper. Oh Gott ey. Die Bumper sind das Schlimmste. Okay. Das war auch relativ human. Was kriege ich denn hier für humane Level? Das ist ja. Äh nein. Toll. Voll oben drauf. Ist ja keine Amiibo Spiele rein. Ist auch mal okay. Aber ich rechne eigentlich mit jedem Level mit Amiibo Spiele rein. Ja du. Okay. Der hat für davor auch keinen Stern gekriegt. Und der hat glaube ich. Also es war länger glaube ich das von davor. Aus Japan. Das kann wieder alles sein. Vor allem weil ich den Titel nicht lesen kann. Oh. Okay. Im New Super Mario Bros. Stil. So. Wir kriegen eine Blume direkt zu Beginn. Noch eine Blume und ein Pilz. Okay. Oh. Das möchte ich haben. Das ist gut zum Retten. So. Dann falle ich wenigstens keine Schlucht mehr unter. Okay. Bisher nix Besondere. Das erinnert mich an irgendwas. Oh. Lass mal ein paar Leben farmen. So. Mehr als drei kriegt man eh nicht. In dem Ding. Nice. Okay. Ich bin enttäuscht, dass ich noch keine abgefahrenen Level kriege. Wie gesagt. Man kann alles kriegen in dem 100 Mario Ding. Und ich möchte noch, äh, ich müsste mir noch freischalten, dass ich die New Nintendos World Championship Level spielen kann. Weil die waren ja einen Tacken schwerer. Die bei Nintendo, bei der letzten Nintendo World Championship, die jetzt 2015 war. Waren die 2015, ja. Huch. Ähm. Ach so, großer Gott. Ich bin Megaman. Okay. Da ist die Amiibo Spielerei, die ich meine. Die explodieren. Okay. 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 Und Moles haben wir hier auch. Monties. Okay. Kriegen wir hier andere? Nee, das ist alles Megaman. Okay. Äh. Die muss man sich noch freispielen irgendwie. Ich weiß noch gar nicht wie. Oh. Kommst du hier rüber? Nein. Geh weg. Oh Gott. Seid überhaupt nicht nervig. Okay. Oh Gott. Dieses Timing. Ha. Hast du wohl gedacht, ich verliere hier meinen Pilz, wa? So nicht. Ach du was. Oh Gott. Magikrufer. Okay. Magikrufer muss es nicht sein. Äh. Oh nein. Geh weg. Weiche. Oh. Okay. Okay. Das Level ist schon ein bisschen in Anspruch. Oh Gott. Geh weg. Gerade runter. Shit. Aber ich hab mir ja hier Pilze runtergeschickt. Das war schon mal ganz gut. Okay. Ich behalte mal welche. Bowser. Junior. Okay. Ist ja kein Ding. Ja doch. Fand ich ganz cool. Mega Man war ein bisschen deplatziert. Für den Endsound hat es sich aber gelohnt Mega Man zu spielen. Ja doch. Ich glaub da würde ich einen Stern geben. Weil die Schwierigkeit ein bisschen anspruchsvoller war. Neh mal ein Sternchen. Bisher hatte ich ja noch nicht wirklich Probleme bei irgendeinem Level. Das ist ja irgendwie. First Try. Aber es gibt auch noch Schwer und Experte später. Ich glaub das muss man sich auch freischalten. Tontro. Viu. Okay. Oh fuck. Ich glaub hier hab ich dann meinen Nemesis gefunden. Oh ich hab ihn geklaut. Okay warte mal. Nein. Ich hätt noch an der Wand springen können. Ich wollte ihn glaub ich nicht aufheben. Das war ein Problem jetzt. Okay da haben wir den ersten Mario verloren. Oh nein. Ich will den Pilz haben. Und schon wieder nehme ich das Ding mit. Weil automatisch wenn man ein Rennen drückt hebt man das Ding hoch. Oh Gott. Nein. Ich muss den Rhythmus kriegen. Okay warte mal. Okay. Warte. Scheiße. Ich krieg's nicht hin. Nein. Oh Gott. Willst du mich verarschen? Och man. Man kann die Level auch überspringen. Aber das hat mich jetzt herausgefordert. Oh mein Gott. Warum tut man sowas? Das ist ja der die immer mitnimmt. Ach man. Nein. Oh shit. Oh Gott. Nein. Nein. Ja. Der Kackpampa. Mann. Oh jetzt. Oh. Oh. Hallo. 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 Okay. Oh mein Gott. Rechts oder links. Oh wie gemein. Thank you Ausrufezeichen War das jetzt nur der Anfang? Nee, okay Okay, machen wir es so Wir wollen die Münzen alle nicht haben Alter, was? Was? Moment Was ist da unten? Ist da auch eine Blume? Da ist ein Bump Ich kann nicht so weit runter gucken Scheiße Ich kann die Münzen ja doch holen Ich habe ja einen Wall Jump Warte mal Okay Macht man das? WTF So Da muss man echt schaden Ach, da hätte ich runter gekonnt Ach man Da ist ein Weg gewesen Ja gut Hast mich ausgetrickst Aber einen Stern kriegst du trotzdem nicht Das war nur eine Tortur Aber wir haben wieder 100 Marios Weil wir am Ende jetzt so viel Leben bekommen haben Kadir aus Deutschland Hallöchen Findet die richtige Tür Okay Oh nein Ein Scroller Ein Scroller ist das am Start Oh Gott Ich komme hier nicht hoch Ich komme hier hier nicht hoch Das ist nicht nett Oh Gott Oh Gott Oh Gott Okay Ich muss schnell sein da oben Gut Kadir Mal gucken Ob du was Gutes gemacht hast Da kann man ja mal den Ersteller direkt ansprechen Eine Feder Ist doch kein Scroller Okay Nein Ach shit Aber jetzt kann ich das Level austricksen Kadir Ich habe eine Feder Du kannst mir doch keine Feder geben Vor allem kann ich hier oben lang Warte Oh Gott Na gut Ich kann es doch nicht Weil ich nicht gesehen habe Ob ich fliege oder nicht Oh Wack 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 Einfach weitergehen Da runter Willst du mich verarschen? Da geht es nicht runter Ah Okay warte mal Es gibt Federn So Wenn ich jetzt noch die Speicherfunktion der Items hätte Wäre ich mega glücklich Gut Gehen wir da rein? Nein Hauptsache die Vögel kommen hier immer So So Nein Geh noch hoch So What now Braucht man die Feder hier? Muss ich Okay Okay Warte mal Nein Okay Okay Warte mal Hä? Ich verstehe dein Level nicht Ich verstehe es nicht Guck es mir noch einmal an jetzt Hä? Ist da eine Röhre? Wenn dein Level zu schwierig ist Ja ja das weiß ich Scheiße Was mache ich denn? Muss ich unten lang? Moment Dann muss ich ja unten lang Nein Wieder dran Ach du großer Gott Ist ich dein Ernst? Pack Fische Nein 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 Da ist die Tür Und das ist bestimmt die richtige Kann ich mich da lang gleiten Mit der Feder Kann man da cheaten? Bestimmt Warte mal So Warte mal Warum fliegst du nicht? Er hat keine Lust zu fliegen Ich will wenigstens die Hälfte schaffen Dann habe ich für den nächsten Part Die andere Hälfte machen können So So Oh das würde ich auch nicht Ich hoffe der kommt nicht zurück Ja sehr gut Ah Nein Oh du Kackding Lass es die richtige Tür sein Hallo Cooper Okay warte mal Da geht es hoch Da geht es runter Muss ich mit Anlauf hin Ja Ja okay Alter Ist hier nur ein Abschlusskommando Und sonst nichts Ja Okay Hier ist nichts Alles klar Verarscht Okay zurück Komme ich auch wieder hoch? Ja Sehr gut Äh Ach du großer Gott Geht die rechts rum? Ne Er geht unten rum Ich kann auf dich drauf springen Kein Ding Zia Okay Da hoch Warte mal Nein Oh mein Gott Ich brauche die Dinger Kick die doch nicht so weit Gott dammit Kannst du die ablegen bitte? Danke Äh Nein Ja So Moment Nice Er hat den gedrückt Komm schon Habe den gleichen Scheiß wieder Ihr mit euren Kackdingern Ach warte mal Wir machen das anders Ach shit Ich wollte Aber da kommt immer ein neuer raus Oh ne Das war doof Ja Nein Wir haben es nicht geschafft Aber wir haben schon mal Münzen gesammelt Okay So Nein Nein Das wollte ich auch nicht Scheiße Nein Jetzt habe ich es kaputt gemacht Na jetzt komm schon Ach das gibt es doch nicht Ich sag Und jetzt nimm doch nicht immer den Kack Oh Oh Nice Okay Klappt Das müsste doch reichen Ich brauchte ne Ja Nein Nein Okay Ich stell da noch einen drauf Warte Reicht das? Ja Meine Fresse Ey Wir Das ist die falsche Tür Da kommt ein Stern Okay nice Wenn das nicht die richtige Tür ist So Und jetzt Das n Yoshi Äh Moment Moment Anlauf So Ach du großer Gott Okay Hier so Eure Level Eure Level weiterhin einschicken Die kommen auch Aber ich will erst sammeln Also ich will jetzt nicht alles was ich direkt kriege weg verfeuern Ähm Ich dachte gerade ich kann das kaputt hauen Ja gut Gut Wieso ist nur einer unten in die Lava gefallen Das ist immer gut dass man die Tode von anderen sieht Ist ein bisschen wie Dark Souls So nehmen wir uns mal den Yoshi mit Weil das ist ein extra Hit Ach jetzt sind wir Ach das ist immer ein anderer Was ist das denn So 2Vs haben wir Ich dachte der geht runter Ah Jetzt bitte weggehen Oh Gott Hammer Bruder Oh Blume Die So Okay Bitte nicht die Blume verlieren Das wäre Was ist das denn Wieso könnt ihr so Oh fuck Okay Nächste Pilz Okay Ich habe schon wieder Bowser Ja da kommen sie Oh Gott Und das sind mehrere Das sind noch mehrere Bowser Das schafft doch nicht ein Bowser nur alleine Okay Attacke Tschüss Bowser Ja auch ein schönes Level Aber kein Sternwert Ich weiß noch nicht ab wann ich Sterne vergeben soll oder nicht Ich gebe einfach weil es Weil es ein bisschen fordernd war und ein bisschen Ein bisschen Ein ganz kleines bisschen Arbeit drin steckt Ich fühle mich hier wie so ein Kritiker Aber es wird man automatisch bei dem Spiel Und ich würde sagen Die andere Hälfte Machen wir im nächsten Part Bis dahin Machen wir im nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020